Und willkommen zurück, willkommen zurück zur nächsten Episode von Resident Evil Teil 4. Ich weiß nicht, haben wir schon die Hälfte oder so. Wir sind bei YouTube wahrscheinlich schon bei 15, 17, 18 Folgen oder so. Keine Ahnung. Wie immer spiele ich live auf Twitch und schneide das mit www.twitch.tv. Solltet ihr es ja schon kennen. Wenn es euch gefällt, liked and subscribed, aber schaut es bei Twitch vorbei, weil da ist lustig im Livestream. So, genug geredet, machen wir hier weiter. Okaza-Kage-Fights. Oh, nice. Oh nein, jetzt kommt sie. Die Passage als Ashley. Hier haben wir noch eine Map. Autosave. Ah, Shine Forward. Das ist jetzt der guselige Teil vom Spiel, oder wie? Ich habe Angst. Naja, was soll schon passieren, ne? Ich weiß nicht, die Las Plagas machen mir nie so viel Angst, als die Zombies von Resident Evil. Ich habe mir Angst gemacht, das ist, glaube ich, die letzte Ratte, was wir haben. Okay. Der kommt sicher zum Leben. Ist das ein Kloch? Ist das ein Kloch? Der Resting Four bears answer to the chosen time. If it is the Lord's blessing you seek, you have courage and fear now darkness. Ja, aber ich weiß die Uhrzeit nicht. Die Minimap nimmt ein bisschen die Spannung. Jetzt ist ein Safe Point. Ich baue ein bisschen die Spannung. Jetzt passiert gleich was, wahrscheinlich. Die Library. Ah, da muss ich nur weglaufen, die ganze Zeit, wahrscheinlich. Ich weiß ja sicher, wer unterhat. Ich glaube, ich muss von der Gitter weglaufen. Ja, das ist eine Verfolgungs-Area, oder? Das ist, da, Schlüssel holen, dann ausweichen, 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 hier aufsperren und abhauen. Bin mir ziemlich sicher. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ich glaube, hier ist, glaube ich, die Ansicht besser. Ja, da kann ich durch. Das ist eine Sackgasse hier. Warte. Oh, mein Gott, ist das spannend. Die Upper Floor. Da kriege ich jetzt den Schlüssel. Ja. Das ist der Klo. Ah, als Leon komme ich da eh nochmal her anscheinend. Cool. So, links, rechts, Touching, Map. Da, da ist, glaube ich, der kleine Durchgang. Keine Ahnung. Okay. Also, jetzt geht's das, glaube ich. Da, da. Da, da. Und dann, da. Da, da. Da, da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der ist, Schatzi. Naja. Ich bin mir so gut, wie ich meine Damen und Herren. Ich bin mir so gut. So mutig Ashley und so cool. Flower power, ich meine Frauen power. The insignia. The key to getting out of this confounded palace is Salazar Family insignia. To find it you must venture to where that cursed armor awaits the undergroundmausoleum. Oh, merciful Lord, blablabla, blablabla, blue light, may be blessed. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte ich das vorher nachsehen sollen. Das ist jetzt nicht so schwer, dass die Flügel zum Adler gehören, herauszufinden, finde ich. Hier ist die Lippe-Ritten-Note. 11.04 Uhr. Vielleicht. Vielleicht. 11.04 Uhr. Ja, das weiß ich auch noch, aber das war... Da. Ich muss jetzt wieder durch die Library zurück, wahrscheinlich. Ja, wieder zurück. Warten, bis er hier reinkommt und dann dodgen. Woher kommst du jetzt nicht, oder wie? Ein bisschen schneller, ha? Ohne Sound wäre das nicht so schlimm. Ich glaube, da bockst du nicht drauf. Come on. 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 Ich bin wieder in der Library, aber... Ist er da entlang? Keine Ahnung mehr. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin wieder zurück. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Well done! Sehr coole Sektion, finde ich viel lustiger wie mit der Sherry in Resident Evil 2. Welcome! Aber ich muss ja die EZ mir auch noch suchen. Oh 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 oh! Wuhuhuhuhuhu! Ihr kennt mir überhaupt nicht mehr aus wo ich bin. Ja... Ja... Ich wollte nur sagen, dass ich fertig war? Ja... Okay... Oh mein Gott! Hirsch, Schlange, Seepferdchen und Adler! Hirsch, Schlange, Seepferdchen und Adler! Seepferdchen ist hier! Hirsch! Mit dem Hirsch fangen wir an! Hirsch! Hirsch! Dann rüber zum Seepferdchen! Weiter zum Adler! Und hier hat die Schlange! Naja, das ist clever! Oh... Naa! Warum?! Wie ist das? Na... Das sorgt, ja. Alter. Ja, offen ist es jetzt, Ashley. Aber ob du jetzt noch einen Fluchtweg hast? Nein, schaut jetzt so schlecht aus. Oh, weiter, weiter, weiter. Aber es ist jetzt noch mehr Rätsel. Sonne, Mond und Sterne. Ach, Ashley, musst du da sterben da oben? Das nervt mich. Warum kommen wir denn nicht nach runter? Okay, klar. Der Schlangenschlüssel. Ich mag das Spiel, ich mag das Spiel. Ah, im grünen immer Geld. Nice. Ich mag das Spiel. Das Mausoleum. Okay, nächstes Rätsel. Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Das ist nicht so schwer. Das passt dann mal. Dann den Halbmond. Hier hin. Und den Stern nehmen wir hier hin. Die Insignie. Jetzt müssen wir nur mal da raufkommen. Oh mein Gott. Run, Ashley. Run. Ah. Vielleicht sind sie erstarrt wegen dem blauen Licht oder so. Ich habe keine Ahnung. Egal. Ich muss bei dem vorbei, Vega. Aber es wird nicht besser, Ashley. Es ist ein Wissen, da oben war der der Nächste. Nein! Hätte ich vorbeilaufen sollen? Zweimal als Ashley gestorben. Einfach Vollgas vorbei. Ja. Direkter Angriff ist die beste Verteidigung. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist das richtig? Ja. Es ist ein bisschen gruselig, weil es so dunkel ist. Ashley, machst du das auf bitte? Nein! Nein! Machst du zurück zur Library, gell? Ach, fuck! Ach, warum muss das so dunkel sein? Ich habe keine Ahnung mehr. Nein! Lauf der Nummer. Da so rüber. Wahrscheinlich stirbe ich jetzt. So, Ashley. Einen Moment. Da durch und links. Links. Ja, natürlich. Aha. Den hat den falschen Weg abgebogen. Wo soll ich das wissen? Okay. Äh, rauf, 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 rauf. Links. Und dann grot. Ah, links. Mit links meine rechts. Das ist easy peasy. Dann rechts, da vorne, gell? Na, nur da. Dann den L-Gang entlang. Und da jetzt gerade rüber, ein bisschen links halten. Ja, zu langsam genug. Gut. Spielt sich sehr lustig. Muss ich sagen? I've got a problem. Ashley, are you alright? Not so much. Wow, das war die ganze Episode fast nur mit Ashley. unterwegs. Hey. Try this. Can you make it down? I can catch you. Yeah, I think so. Ashley. Das ist der böse Typ. Ein voll mutierter Las Plaga. Shit. 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 The End. Äh. Oft genug gestorben. Complete. Without using the lantern to immobilize any enemies. Ich hab keine Ahnung, wie das überhaupt geht. Complete a game at the shooting range. Und don't die als Ashley. Vier mal gestorben als Ashley. Yes. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay. Ooh. Oops. So. So. What's become of the Amber? Sorry. Nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Leon. Ja. Leon. Changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't. I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting is tough, huh? Hey. Ada. Ada. Perfect. Very funny, Ada. Vergorenix. Hab ich das jetzt bekommen, was mir die Ashley da geholt hat? Nein. Ja. Frauen halt Leon, gell? Head for the throne room. Ah, das hat die Ashley runter geworfen. Sehr cool. Also grün und rot. Ich hätte gerne einen blauen, aber da hab ich drei. Äh. Hm. Defeat the strong threat. Okay, da geht's weiter. Will ich aber nicht. Wir rächen uns jetzt an den ganzen Rittern da, was die Ashley da bedroht haben. Warum? Warum? Weil ich kann. Und weil ich die Ratte da brauche. Nice. So, nice. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. So, geht's runter in den Keller oder? Ah, da ist mein Neid. Natürlich machen wir das noch. Wasser. Das ist ein Gericht, das am besten kalt zu sein. Hm. hmmm not bad right Nooo, das war nicht gut, ich würde eigentlich kicken. So, liegen ein wenig mehr Bewegung da. Wir müssen da runtergehen, also es ist auch schon gut. Oh, noch mal 16 Schuss, leider. Challenge accepted, ich meine erledigt. Challenge destroyed. Handgun bullets. Uh, Magnum Rounds. Jetzt brauche ich wirklich, wirklich, wirklich das Case Upgrade, ne? Okay, da komme ich nicht mehr durch. Nice! War jetzt nicht so die Challenge, finde ich, aber war ganz okay. Ähm, in die Library wollte ich noch, genau. Äh, aha. Immer das Gunpower. Ressourcen haben wir eh viele, aber es geht uns immer das Gunpower ab. So, äh, da geht es jetzt noch in die Library. Ist da zwei? Ist da einer? Sind da zwei? Keine Ahnung. Warum ist die Musik jetzt so... Die Musik, mich zu erschrecken, kommt ein bisschen spät. Ja, der zweite ist natürlich auch nicht da, aber das habe ich mir eh gedacht. Also, das ist die Musik. Ahaha, Rache ist Blutwurst. So. Schönes Backtracking hier mit mir. Gefällt mir gut. Wir haben 35.000 Besitters. Mal schauen. Ja. Fertig. Uh! Äh. Platz habe ich überhaupt keinen dafür. Nicht einmal annähernd, gell? Ich weiß noch nicht, ob ich die benutzen werde. Das weiß ich noch nicht. Äh, so, wo ist jetzt die nächste... Hm. Da rüber. Boah, das Backtracking, das taugt mir jetzt nichts. Ah, okay. Da ist ja auch noch was. Jusss. Hm. Easy peasy. Gold und links. Ah. Gut. Storage. Ähm. Store. Cool. Ja. Die Episode dauert wieder ein bisschen länger, wie sie merkt. Aber ich würde das jetzt abschließen und nicht irgendwie was zwischen machen. Bevor es dann wieder weiter geht, das nächste Mal, wenn es wieder heißt, let's burn the evil. Mit dem Steinchen. Äh, wo war das jetzt? Hier. Aufwand. Obra. Na. Sonst ist nichts mehr da. Das ist die neue. Boah, es ist ein schlimmes Visier und sie hat nur 20 Schuss. Äh, in den Storage kommt die natürlich jetzt eins zu eins rein. Ähm. Ich möchte hier noch ein bisschen weiter gehen. Schatz, ich kann den First Aid Spray storen. Und das ist auch okay. Äh. Hier noch schauen, ob hier noch was ist. Aber dem scheint nicht so. Okay. Das brauche ich nicht. Hm. Hm. Okay. 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 Ich kann doch immer nicht. Warum haben wir so wenig besetzt das? sehr. Krass! So, die kalten Links der wird jetzt. Gleiche. 39.000 Andererseits 40.000 45.000 Ausseht damit, oder? Stryker nehme ich nicht. Safety first. Punisher ist gemaxed. Das haut alles gut hin, glaube ich. Your weapons are in good hand. See how that feels, mate. 26.000 Gunpowder. Gunpowder. No, Rufe iconowbo. 23.000 Ja, so schlimm ist es nicht, oder? Ich glaube, das kann man lassen. Das haben wir schon, oder? Nein! Ach, du meine Güte, Steinchen! Easy peasy, Söya! Wieder eine Butterfly Lamp! Jawohl, die können wir fertig machen. Zack! 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 Ja, vielleicht kann man das farblich noch besser abstimmen und so weiter, aber es ist nicht so schlimm. Ah, können wir noch was machen fürs Geld? Ähm, Tune Up. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Raid of Fire, vielleicht. We're starting to get an idea of your tastes. Come back anytime. Ah, falsch. Okay, meine Damen und Herren Ich glaube, ich lasse es so gut sein Ich werde vielleicht dann noch ein bisschen Shooter-Range machen Aber Für das Video war es das soweit Ich sage danke Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 4